und Begeisterung vorangehen und mit dem Willen, Grenzen zu überwinden. Willkommen bei Bosch Automobilelektronik, einem der innovativsten Automobilzulieferer der Welt. Wir bieten mehr Sicherheit, mehr Leistung und mehr Souveränität beim Fahren. We push the limits. Unvorhersehbare Ereignisse wird es immer geben. ESP-Sensoren und Steuergeräte prüfen den Fahrzustand 25 Mal pro Sekunde und halten Autos sicherer in der Spur. Der Radarsensor des Predictive Brake Assist aus der Produktreihe der Bosch Predictive Safety Systems PSS beobachtet den Verkehr bis zu 40 Autolängen voraus. Aus den Daten des Radarsensors erkennt der Predictive Brake Assist frühzeitig unfallkritische Situationen vor dem Fahrzeug. Im Zusammenspiel von Fahrerreaktion und Fahrerassistenz kann das System den Anhalteweg um die entscheidenden Meter verkürzen. Bosch Automobilelektronik, Qualität und Zuverlässigkeit in Serie. Unsere Elektronik erhöht die Sicherheitsreserven für die Insassen und reagiert auf die Millisekunde genau, wenn ein Crash unvermeidlich ist. Unsere Sensoren erkennen, wer im Auto sitzt. So kann das Steuergerät die Airbags und Gurtstraffer individuell auslösen. Denn der bestmögliche Schutz ist unsere Verpflichtung. Unsere Ideen machen Motoren dynamisch und sparsam. Die elektronischen Motorsteuerungs- und Sensoriksysteme von Bosch sorgen für die bestmögliche Luft- und Kraftstoffaufbereitung, Zündung, Verbrennung und Abgasreinigung. Unser elektronisches Motormanagement findet die perfekte Balance zwischen Leistung, Verbrauch und Fahrspaß mit gutem Gewissen. Bosch Automobilelektronik in höchster Qualität für die beste Performance in der Serie und beim Motorsport. Wir sind optimistisch und offen für neue Ideen. Ideen, die dafür sorgen, dass sie souverän unterwegs sind. Die elektrische Servolenkung in leistungsfähiger Mikrohybrid-Technik bietet höchste Funktionalität und Qualität auf kleinstem Raum. Im Stadtverkehr ist die Lenkung angenehm leichtgängig. Bei hohem Tempo sorgt sie für Spurtreue und ein präzises Lenkgefühl. Mit Night Vision von Bosch sieht der Fahrer etwa dreimal so weit wie mit herkömmlichem Abblendlicht, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Er kann kritische Situationen früher wahrnehmen und rechtzeitig darauf reagieren. Grenzen zu überwinden ist einfach. Denn unser Ideenreichtum ist grenzenlos. Von Bosch Automobilelektronik kommt im Durchschnitt an jedem Tag des Jahres ein neues Patent. Mit unseren Mitarbeitern und unserer Technik in höchster Qualität eröffnen wir faszinierende Möglichkeiten für die Autos von morgen und übermorgen. Die Vernetzung unserer elektronischen Systeme wird für noch mehr Sicherheit, Leistung und Souveränität beim Autofahren sorgen. We push the limits. Bosch Automobilelektronik. Wir haben den Ehrgeiz, auch in Zukunft die Grenzen des Machbaren ständig zu erweitern. Bosch Technik fürs Leben Der Ehrgeiz, auch in Zukunft die Grenzen des Machпаzepten. Bosch Automobilelektronik. Willkommen im Virtual Driving Center von Bosch. Hier simulieren wir im Computer unterschiedliche Fahrsituationen, um die Technik für das Auto ständig weiterzuentwickeln. Sehr erfolgreich tun wir dies im Bereich Gasoline Systems. Die Ziele für Motormanagement-Systeme sind klar. Dynamische Beschleunigung, weniger Verbrauch und möglichst geringe Schadstoffemissionen. Sehen wir uns nun an, wie wir das durch immer leistungsfähigere Produkte erreichen. Ich zeige es Ihnen anhand des Beispiels der Benzindirekteinspritzung mit der DI Motronic. Im Mittelpunkt stehen vier Funktionsmodule. Erstens die Füllungssteuerung. Sie sorgt für die Zufuhr der richtigen Luftmasse. Zweitens die präzise Einspritzung direkt in den Brennraum. Der eingespritzte Kraftstoff bildet dort mit der angesorgten Luft ein brennbares Gemisch. Drittens die Zündung. Für einen hohen Wirkungsgrad ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. Und viertens die Abgasreinigung. Für die maximale Wirkung des Katalysators sorgt die Lambda-Regelung. Nichts weltbewegendes könnte man denken und doch vollgepackt mit Innovationen. Die Kunst ist aus vielen Komponenten ein perfekt funktionierendes System entstehen zu lassen, das in jeder Situation bestmöglich reagiert. Denn jede Situation verlangt vom Motormanagement eine ausgeklügelte Strategie. Nehmen wir das Starten des kalten Motors bei hohen wie bei niedrigen Außentemperaturen. Gerade jetzt muss die Luftmasse sehr präzise gesteuert werden. Hierfür hat Bosch die erste Drosselvorrichtung aus Kunststoff entwickelt. Das spart viel Gewicht und verbessert die Funktion, da sich die Klappe sehr feinfühlig verstellen lässt. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen. Nun fahren wir auf der Landstraße, ganz entspannt im unteren Drehzahlbereich. Auch in solchen alltäglichen Situationen ist Präzision auf höchstem Niveau gefragt. Die Hochdruck-Kraftstoffpumpe fördert den Kraftstoff und bringt ihn auf den Einspritzdruck von bis zu 200 Bar. Das Besondere an dieser Pumpe, egal an welchem Punkt der Erde Sie sich gerade befinden, Sie ist für alle Benzinqualitäten der Welt geeignet und hält ein Fahrzeugleben lang. Aber manchmal braucht man mehr als nur die unteren Drehmomente. Gerade bei hohen Geschwindigkeiten heißt es, exakt zu funktionieren. Zum Beispiel beim Überholvorgang auf der Autobahn. Die D-Almotronic liefert mit einem homogenen Gemisch das dem Fahrerwunsch entsprechende Drehmoment. Jetzt kommt es auf das richtige Timing an. Je höher die Drehzahl, desto schneller müssen alle Vorgänge für jede Einspritzung gemessen, berechnet, angesteuert und ausgeführt werden. Sensordaten über Drehmomentanforderung, Luftmasse, Temperaturen und Drücke auswerten, Luftfüllung über die Drosselvorrichtung regeln, Kraftstoffmasse und Zeitpunkt für die Einspritzung berechnen, Einspritzventil ansteuern, Zündzeitpunkt berechnen, Zündfunken auslösen, Abgaszusammensetzung messen und über die Lambda-Regelung die Gemischbildung nachführen. Und das alles für jede einzelne Einspritzung. Immer auf den jeweiligen Betriebszustand abgestimmt. Heutzutage muss eine Motorsteuerung aber nicht nur Zuverlässigkeit und Dynamik bieten, sondern auch in allen Situationen eine umweltgerechte Abgasnachbehandlung. Beim Stop-and-Go-Verkehr in der Stadt ändern sich die Betriebszustände permanent. Die Drehmomentanforderungen wechseln in Sekundenbruchzeilen. Um dabei den Schadstoffausstoß immer möglichst gering zu halten, muss der Abgasstrom mithilfe der Lambda-Sonde präzise analysiert werden. Ups, Entschuldigung. Wir setzen die Entwicklung der Lambda-Sonde fort, sodass sie immer kleiner und leichter wird und sich dichter am Motor einbauen lässt. Damit ist die Sonde beim Motorstart viel schneller betriebsbereit. Von der Lambda-Sonde bekommt die DI-Motronic Informationen über die Sauerstoffkonzentration im Abgas und das im Millisekundentakt. Damit kann die Lambda-Regelung der DI-Motronic sofort reagieren und sogar die strengsten Emissionsgrenzwerte unterbieten. Ganz gleich, ob es nun um Füllungssteuerung, Einspritzung, Zündung oder Abgasnachbehandlung geht. Für uns stehen Kundenservice und Kundenorientierung im Vordergrund, um Ihr Fahrzeug ideal abzustimmen. Ups, das kommt später. Testen Sie unsere umfangreichen Serviceleistungen. Aber nicht virtuell, sondern ganz real. Mit Bosch Gasoline Systems bringen Sie Innovationen zuverlässig auf die Straße. In allen Funktionsmodulen Ihres Benzinmotors sorgen wir für feste Ergebnisse. Geringe Emissionen, weniger Kraftstoffverbrauch, hohe Dynamik. Ah, ah, bye-bye. Bosch Technik fürs Leben Die Zukunft des Diesel hat gerade erst begonnen. Großdiesel-Antriebssysteme mit Bosch Technik erbringen weltweit Höchstleistungen. In der Motor-Schwergewichtsklasse gibt es für den Diesel von heute hinsichtlich Energieverbrauch, Wirkungsgrad und Emissionen keine Alternative. Think big with big diesel engines Bei Bosch im salzburgischen Hallein denkt man in großen Dimensionen. Hier sind Entwicklung, Fertigung, Applikation und Vertrieb der Bosch Einspritztechnik für Großdieselmotoren konzentriert. Unsere Ingenieure in Hallein entwickeln für Dieselgiganten innovative und zukunftsorientierte Hochdruckeinspritzsysteme. Ein Hightech-Zug mit innovativer Dieseltechnik. Vier Common Rail Dieselmotoren bilden den Antrieb des Hochgeschwindigkeitszuges. Hohe Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und geringe Emissionen stehen dabei im Mittelpunkt. Fernab im hohen Norden entsteht vor der Küste Norwegens eine neue Ölplattform. In Hallein arbeiten wir an den neuen Hochdruckeinspritzsystemen für die Stromaggregate der Plattform. Einspritzpumpen und Düsen werden individuell für die Aggregate entwickelt. Die Anforderungen an die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit sind extrem hoch. Die Präzisionsteile für die Hochdrucksysteme sind Anfertigungen nach Maß. Dabei sind Fertigungstoleranzen von bis zu einem Tausendstel Millimeter gefordert. Motoren heutiger Schiffe statten wir mit neuesten Common Rail Systemen aus. Bei den Injektoren der Einspritzsysteme ist absolute Präzision gefragt. Die bei Schiffen verwendeten Schwerölkraftstoffe stellen höchste Anforderungen an die Hochdruckeinspritzung. Unsere Einspritzsysteme meistern dies durch perfektes Zusammenspiel von Hochdruckspumpe, Injektor und elektronischer Steuerung. Das gesamte Einspritzsystem wird bei uns vor der Auslieferung nochmals komplett getestet. Auf dem Prüfstand des Kunden werden alle Berechnungen und Simulationen hinsichtlich Leistung, Verbrauch und Emissionswerten überprüft. Sind alle Komponenten exakt aufeinander abgestimmt und der gewaltigen Dauerbelastung über Millionen von Siegmeilen gewachsen? Das ideale Zusammenwirken aller realisiert Dieseltechnik in seiner größten und besten Form. Innovative Einspritzsysteme von Bosch allein setzen im Dieselschwergewicht immer wieder neue Maßstäbe. Bosch 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 Technik fürs Leben Lü Labor Bosch